Werbeoffensive für den Sommertourismus. Corona-Massentests für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen den Gästen Sicherheit vermitteln. Guten Abend, bei der Zeit im Bild. In China findet ab morgen ein Politritual im Krisenmodus statt. Der Volkskongress berät wirtschaftliche Maßnahmen. Und nach einer Messerattacke in Baden bei Wien gibt es sechs Verletzte. Zeitweise sonnig wird das Wetter morgen. Die baldige Öffnung der Tourismusbetriebe gibt den Unternehmern zwar Hoffnung, aber es geht jetzt natürlich darum, nach den langen Sperren durch den Sommer zu kommen. Tarek. Schauen wir uns kurz an, wie die Buchungslage für die Hoteliers in Österreich in der Regel aussieht. Letztes Jahr etwa gab es in Österreich insgesamt knapp 153 Millionen Nächtigungen, nur knapp 40 Millionen davon, gut ein Viertel also, machen heimische Touristen aus. Knapp drei Viertel sind Ausländer. Größte Gruppe unter diesen die Deutschen mit mehr als 56 Millionen Nächtigungen. Gefolgt von den Niederländern, Schweizern, Briten, Tschechen, um ein paar aufzuzählen. Ehe also jetzt dann wieder aufgesperrt wird und die Sommersaison beginnt, sollen einige Zielgruppen ganz speziell umworben werden. Unter anderem mit dem Hinweis, dass das Personal ganz intensiv getestet werden soll. Den Tourismus hat es besonders hart getroffen. Nun soll transportiert werden. Urlaub in Österreich ist sicher. Urlaub in Österreich ist schön. Sicherheit sollen flächendeckende Covid-19-Tests bringen, die Schönheit eine Kampagne vermitteln. Wir werden sehr viel investieren als Republik Österreich, um hohe Testkapazitäten zu haben und möglichst viel und möglichst regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Gast tätig sind, zu testen. Dieses Sichersein ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wenn es darum geht, dass Österreich die Nase vorne hat. Vor anderen Ländern, wenn jetzt Schritt für Schritt Grenzen wieder aufgehen. Die neue Kampagne soll hierzulande laufen und in Deutschland. Mit Covid-19-sicheren Ländern wie der Schweiz und mit Tschechien wird verhandelt. Auf dich wartet ein guter Sommer, wird das Motto der Kampagne der Österreich-Werbung sein. Sowohl die Teststrategie als auch die Kampagne seien sinnvolle Initiativen. Lösung für die schwer angeschlagene Branche sei das aber noch keine, so die Hoteliersvereinigung. Weil vor allem viel Geld noch fehlt. Es würde sehr viel versprochen, 38 Milliarden, rasch und unbürokratisch. Davon kann keine Rede sein. Und noch dazu fehlt das Geld in den allermeisten Betrieben. In 99 Prozent der Betriebe ist es immer noch nicht angekommen. Da hilft auch sehr viel schöner Rhetorik nichts. Für den Städtetourismus hat die Regierung angekündigt, in Bälde ein eigenes Konzept zu präsentieren. Und einen Streifzug durch die Möglichkeiten eines Österreich-Urlaubs unternimmt heute ab 20.15 Uhr in ORF 2 auch Marcel Hirscher und präsentiert Feriendestinationen in allen neuen Bundesländern. Eine beliebte Feriendestination der Österreicherinnen und Österreicher im Ausland fällt vorerst so gut wie weg. Und zwar Spanien, auch wenn es dort jetzt erste Lockerungen gibt. Allerdings nicht schnell genug für den spanischen Tourismus. Die Fremdenverkehrswirtschaft dort, die 13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet, fordert hier eine weitaus raschere Gangart. Die spanische Regierung will keinerlei Risiko eingehen. Nach der Rekordzahl an Corona-Infektionen im April geht es bei den Lockerungen vielen zu langsam. Ab heute gilt eine Tragepflicht für Nasen- und Mundschutz auf der Straße und in den Verkehrsmitteln. Nicht alle halten sich daran. Manche Menschen brauchen den Zwang, um die Maßnahmen ernst zu nehmen. Die Tourismuswirtschaft macht Druck auf die Regierung. Nach über zwei Monaten Lockdown, der auch auf der Insel Tenerife zu Arbeitslosigkeit und Einnahmeverlusten in Millionenhöhe führte, stehen Hotels und Gastronomiebetriebe bereit, um den Neustart zu versuchen. Für uns wäre es natürlich das Schönste, wenn Alarmzustand im Juni vorbei ist, Corona sich irgendwann noch verabschiedet und dass man vielleicht ab Juli, August wieder Perspektive hat, es kommen Touristen hierher. Wie es in der Bar Berlin weitergeht, weiß niemand. Die Regierung plant Corona-Apps für die Urlauber, um deren Gesundheitszustand überwachen zu können. Das muss so schnell wie möglich alles gelockert werden. Das geht nicht. Sonst gehen wir hier zugrunde. Ganz einfach, so ist das. Ohne Touristen können wir nicht leben. Der Fremdenverkehr drängt, die Virologen bremsen und die spanische Regierung wartet auf ein gemeinsames Vorgehen der EU. Spanien, wie oft berichtet, war vorübergehend einer der Krisenherde während der Ausbreitung des Coronavirus. Mittlerweile gibt es mehr als 5 Millionen Infizierte weltweit und auch die höchste Zuwachsrate binnen 24 Stunden wurde jetzt gemessen. Insgesamt 106.000 positiv Getestete sind über Nacht dazu gekommen. 20.000 davon alleine in Brasilien. Ein Land, das wir uns jetzt genauer ansehen. Beisetzungen im Akkord. Auf dem Friedhof Villa Formosa in Sao Paulo, dem größten in Lateinamerika, finden immer 5 Begräbnisse gleichzeitig statt. Die Angehörigen dürfen die Toten nicht sehen, haben nur ganz kurz Zeit, sich zu verabschieden. Brasilien meldet fast täglich neue Höchstzahlen bei Neuinfektionen und Toten. Die meisten davon in der Megastadt Sao Paulo. Auch in anderen Ländern Lateinamerikas wütet das Virus, wie hier in Lima, der Hauptstadt von Peru. Jene, die die Toten abholen, sind oft Migranten aus dem benachbarten Venezuela. Seit Mitte März gilt ein Shutdown. Immer noch. Möglicherweise wird es ab nächster Woche Lockerungen geben. Bisher hat Peru mehr als 3000 Corona-Tote und wahrscheinlich hunderttausende Infektionen. Die Dunkelziffer ist vermutlich hoch. Neben Kolumbien und Chile ist auch Ecuador besonders stark betroffen. Vor allem in den großen Städten Quito und Guayaquil. Doch auch in den abgelegenen Dörfern steigt die Zahl der Corona-Fälle. Ohne ärztliche Hilfe. Denn die Landärzte sind abgezogen worden für Spitäler und Notlazarette in den städtischen Corona-Hotspots. Im Ursprungsland der Corona-Krise in China beginnt morgen eine rituelle Politik-Großveranstaltung, und zwar der Volkskongress. Der hätte schon im März stattfinden sollen, ist aber verschoben worden. Und jetzt befasst sich vor allem mit der wirtschaftlichen Erholung des Landes. Endlich wieder geöffnet. Soweit die gute Nachricht für die Besitzerin dieses Kaffeehauses im Zentrum von Peking. Die schlechte Nachricht, es kommen viel zu wenig Kunden. Vor der Pandemie lief das Geschäft deutlich besser. Die Verluste der letzten Monate bereiten ihr schon Sorgen, sagt die Betreiberin des Kaffeehauses. Aber die Regierung senkte immerhin die Steuern und Sozialabgaben. Doch der private Vermieter hat eine Senkung der Miete bisher verweigert. Die Rückkehr zum Wirtschaftswachstum hat auch für Xi Jinping oberste Priorität. Schon seit Wochen tourt er quer durchs Land, um für sein Aufbauprogramm zu werben. Die Zeit drängt, denn eigentlich soll noch heuer das Ende der Armut in China verkündet werden. Eines der sogenannten Jahrhundertziele der kommunistischen Partei. Aber das Coronavirus stellt nun alles in Frage. Vor allem Massenarbeitslosigkeit muss unter allen Umständen verhindert werden, um soziale Unruhen im Land gar nicht erst aufkommen zu lassen. Der Nationale Volkskongress in Peking soll morgen den Startschuss geben für die wirtschaftliche Mobilisierung. Koste es, was es wolle. Die nächsten Monate werden zeigen, wie viel Hilfe von ganz oben bis nach ganz unten durchsickern wird. Und vor allem wann. Denn ohne Hilfe kann ein Kaffeehaus diese Gästeflaute nicht mehr lange durchstehen. Die Chinas Wirtschaft soll also mobilisiert werden, koste es, was es wolle. Wie wir eben von Josef Dollinger gehört haben, fragen wir gleich nach bei ihm. Hat Chinas Regierung überhaupt genügend Geld, um allen helfen zu können? Ja, das wird man hier am Volkskongress morgen nicht genau feststellen können. Man muss erst abschätzen, wie lange die Wirtschaftskrise noch dauern wird und wie hoch der Schaden insgesamt sein wird. Im Unterschied zur Weltfinanzkrise vor etwas mehr als zehn Jahren dürfte sich die chinesische Regierung diesmal aber deutlich schwerer tun. Denn mittlerweile hat auch China einen gefährlich hohen Schuldenberg angehäuft. Und Peking hat auch alle Hände voll zu tun, das heimische Finanzsystem nur halbwegs stabil zu halten. Der Volkskongress, der morgen startet, eine Großveranstaltung. Wie soll denn das vonstatten gehen? Welche Sicherheitsvorkehrungen werden da getroffen? Ja, alle 3000 Delegierten wurden auf das Coronavirus getestet, mehrmals sogar und mit eigenen Sonderzügen nach Peking gebracht. Das Areal rund um den Tiernamenplatz ist natürlich großräumig abgesperrt. Wir Auslandsjournalisten sind diesmal zum überwiegenden Teil ausgeschlossen. Wir können die Tagung nur online mitverfolgen. Eigentlich sollte der Volkskongress ein landesweites Signal sein, dass jetzt die Zeit nach Corona beginnt. Aber besonders überzeugend ist dieses Signal jetzt wirklich nicht, wenn man sich die strengen Sicherheitsvorkehrungen in Peking so ansieht. Josef Dollinger, vielen Dank für diese Informationen. In Indien und in Bangladesch steigt die Zahl der Corona-Infizierten noch immer an. Und beide Länder haben jetzt zusätzlich mit einer Naturkatastrophe zu kämpfen. Und zwar mit einem Zyklon. Es ist der stärkste, der seit knapp 20 Jahren in der Region zu verzeichnen ist. Er hat massive Schäden angerichtet. Der Dschungel hat die Straßen zurückerobert, möchte man im indischen Kalkutta glauben. Doch tatsächlich hat er Zyklonstraßen wie Bäume zerstört. In der 15-Millionen-Stadt sieht man, mit welcher Wucht der Wirbelsturm zugeschlagen hat. Bäume und Strommasten hat er wie Zündholzer reihenweise umgeknickt. Autos und Busse wie Spielzeug herumgeschoben. Etliche Häuser ruiniert. Und mit dem Sturm kamen auch die Wassermassen. Der Flughafen der Stadt etwa war völlig überflutet. Das ganze Ausmaß der Schäden abzuschätzen wird Tage dauern. Die Aufräumarbeiten erst recht. Das Positive, die Evakuierungspläne haben trotz der Corona-Pandemie funktioniert. Mehr als drei Millionen Menschen hatte man sicherheitshalber in Notunterkünfte gebracht und so weitere Opfer verhindert. Die Angst vor Ansteckungen und die Ungewissheit treiben aber viele. Auch in Bangladesch schon wieder in ihre Heimatdörfer. Wir waren in einem Schutzzentrum in Sicherheit, aber unser Haus hat der Sturm zerstört. Jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht, sagt sie. Wie schon die Pandemie trifft jetzt auch der Sturm die Ärmsten am härtesten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die humanitäre Katastrophe, die sich derzeit im Jemen abspielt. Dort tobt seit mehr als fünf Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. Und auch dort kommt jetzt zur schon lang anhaltenden Lebensmittelknappheit und den Krankheiten wie Cholera noch das Coronavirus. In der Stadt Aden im Süden des Landes werden Massengräber ausgehoben. Hunderte Menschen sind in den letzten Wochen hier gestorben. Ob am Coronavirus oder einer der anderen Krankheiten wie Cholera, dem Denkfieber oder Malaria weiß niemand so genau. Denn getestet wird kaum. Aber laut Zivilschutz ist die Zahl der Bestattungen von rund zehn pro Tag auf über 50 hochgeschnellt. Gestern habe ich meine Mutter hier begraben, aber schauen Sie, es kommen immer mehr Särge. Es endet nie. Aden ist jene Stadt, in die die jemenitische Regierung geflohen ist, weil die Hauptstadt des Landes Sanaa von Husi-Rebellen überrannt wurde. Auch dort ist die Lage dramatisch. Infolge des Kriegs ist nur noch rund die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen im Land funktionsfähig. Es mangelt an allem. Ich weiß nicht, wie wir das Coronavirus bekämpfen sollen. Selbst einfache Ausrüstung haben wir nicht. Klagt der Leiter dieser Intensivstation in Sanaa. Die Lage ist verzweifelt. Ein Großteil der Bevölkerung im Jemen ist unterernährt und dadurch besonders anfällig für das Coronavirus. Gleichzeitig sind das Welternährungsprogramm und das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen aufgrund von Geldmangel gezwungen, die Hilfsleistungen drastisch zu reduzieren. Das trifft vor allem die 3,6 Millionen Binnenvertriebenen, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind. Wenn auch in ganz unterschiedlicher Art sind momentan auf der ganzen Welt viele Menschen auf Unterstützung angewiesen. So auch bei uns. Vor allem, wenn es sich um junge, selbstständige Frauen handelt, die noch dazu Alleinerzieherinnen sind. Hilfsorganisationen hierzulande berichten, dass sich tausende Menschen an sie wenden, die nie geglaubt hätten, in eine solche Lage zu kommen. Denn selbst der Härtefallfonds reicht oft nicht aus, wie der Fall einer jungen Frau in Wiener Neustadt zeigt. Erst seit kurzem darf Nicole Schöll wieder arbeiten. Nach knapp zwei Monaten war ihr Kosmetikstudio geschlossen. Offene Rechnungen und den Hauskredit musste sie dennoch bezahlen. Sie hat die Caritas um Hilfe gebeten. Und sogar Hanna hat ihrer Mutter ihre Ersparnisse über 125 Euro geborgt. Die Zeit im Bild hat sie bereits im April besucht. Nach dem Bericht haben viele gespendet. Menschen, so viele Menschen, die uns helfen wollten, uns unterstützen wollen, was sie letztendlich auch getan haben. Weil wir müssen echt sagen, ohne die Menschen, die hinter uns gestanden sind, auch Kunden von mir, wir würden heute wahrscheinlich nicht da sitzen und lächeln. Also wir hätten jetzt wirklich eine extrem harte Zeit vor uns. Aus dem Härtefallfonds hat Frau Schöll bislang insgesamt 1500 Euro bekommen. Das deckt ihre laufenden Kosten aber nicht. Damit ist sie nicht allein, heißt es bei der Caritas. Es hat sich nicht verändert, dass immer noch täglich ganz viele Menschen bei uns anrufen und um Hilfe ansuchen. Ich glaube, dass es mehr Mittel braucht und unbürokratischen Zugang zu diesen Mitteln. Die Menschen brauchen einfach jetzt diese Überbrückungshilfen und nicht erst in ein paar Wochen. Zumindest Hanna hat ihr Erspartes wieder zurückbekommen und von einem Spender sogar einen kleinen eigenen Obst- und Gemüsegarten. Nicht zuletzt solche Geschichten haben andere innenpolitische Themen in den Hintergrund rücken lassen. Etwa die Affäre ums Bundesamt für Verfassungsschutz. Aber deren Aufarbeitung kommt jetzt so richtig ins Laufen. Eine Novelle zum Staatsschutzgesetz sieht nun erste Reformen vor. Etwa eine Vertrauenswürdigkeitsprüfung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Angehörigen. Dieses Haus war vor zwei Jahren omnipräsent in den Medien. Es ist der Sitz des BVT des Bundesamts für Verfassungsschutz. Untersuchungen durch Kickl-Vertraute samt Razia führten sogar zu einem U-Ausschuss und zum Versprechen, alles anders zu machen. Jetzt gibt's erste Schritte. Es gilt auch um das Vertrauen der Partnerdienste wieder zu gewinnen, sag ich ganz bewusst. Und dafür ist es notwendig, jetzt einige Gesetzesformen vorzuziehen. Denn Österreich war zuletzt von der internationalen Geheimdienstzusammenarbeit suspendiert. Jetzt soll eine spezielle Ausbildung die Mitarbeiterqualität heben und eine Vertrauenswürdigkeitsprüfung kommt. Und zwar für alle, für neue Mitarbeiter ebenso wie alte. Und nicht nur für sie allein, sondern auch fürs gesamte persönliche Umfeld von Eltern bis zu Lebensgefährten. Das ist internationaler Standard, dass eben gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Nachrichtendiensten oder im staatspolizeilichen Bereich besonders vertrauenswürdig sein müssen. Eben auch unanfällig für Versuche von Erpressungen etc. Daher gibt's diese erweiterte Sicherheitsüberprüfung und das trifft natürlich dann auch das Umfeld des Mitarbeiters. Internationale Geheimdienstexperten waren übrigens in die Reform eingebunden, sagt Nehammer, in der Hoffnung, dass man künftig den Österreichern wieder vertraut. Wie es einer Frau gelungen ist, mit 100 Euro an einen echten Picasso zu kommen, das berichten wir gleich. Jetzt aber zu einem grünen Prestigeprojekt, dem sogenannten 1-2-3-Ticket, das noch 2021 eingeführt werden soll. Denn das Projekt sei weit fortgeschritten, sagt Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler. Das Ticket für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll 1 Euro pro Tag für Fahrten in einem Bundesland, 2 Euro für Fahrten in zwei Bundesländern und 3 Euro täglich durch ganz Österreich kosten. Die Einführung soll eventuell stufenweise erfolgen. Die Austrian Airlines wollen beim Personal 300 Millionen Euro einsparen. Nach dem Bord hat nun auch das Bodenpersonal einem Sanierungsplan zugestimmt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzichten auf Teile ihres Gehalts. Dafür soll es keine Kündigungen geben. Die Verhandlungen über Staatshilfen laufen weiter. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird Ungarn seine Transitzonen an der Grenze zu Serbien schließen. Asylwerber konnten die eingezäunten Containerlager nur in Ausnahmefällen verlassen. Der EuGH hat die Unterbringung als Haft kritisiert. Die ungarische Regierung bedauert das Urteil. 280 Flüchtlinge werden nun in andere Unterkünfte verlegt. Bei einer Messerattacke in Baden in Niederösterreich vergangene Nacht hat ein Mann fünf Menschen verletzt. Es handelt sich dabei um einen 19-jährigen Österreicher, der die Tat begangen hat und der offenbar Beziehungsprobleme hatte. Es ist ein nächtlicher Großeinsatz für Polizei und Rettung. An drei Tatorten in Baden soll ein 19-Jähriger insgesamt fünf Menschen attackiert und ihnen mit einem Dolch Schnittwunden zugefügt haben. Die Opfer zwischen 16 und 63 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt. Auf den Straßenhausfassaden sogar an geparkten Fahrzeugen blieben Blutspuren zurück. Der Verdächtige wurde auf einem Willengrundstück von der Polizei gestellt. Der 19-Jährige hatte Schnittwunden. Das Motiv ist noch unklar. Nach derzeitigen Erkenntnisstand können wir einen religiösen, einen theoristischen oder auch einen kulturellen Hintergrund zur Zeit ausschließen. Dass es sich bei der Tat um eine Beziehungstat handelt, wird immer wahrscheinlicher, denn auch ein 16-jähriges Mädchen war involviert und wurde vom Täter verletzt. Bei ihr könnte es sich um die Freundin oder Ex-Freundin des 19-Jährigen handeln. Alle Opfer haben teils schwere Stichverletzungen erlitten. Sie sind aber außer Lebensgefahr. Drei der Opfer mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Verdächtige befindet sich in Haft. Das neue Buch des österreichischen Schriftstellers Xaver Bayer erzählt von etwas, das wir alle seit Wochen sehr gut kennen, nämlich vom Leben im Ausnahmezustand. Geschichten mit Marianne heißt das Buch, das von Kritikern äußerst wohlwollend aufgenommen wurde. Eine Stadt im Ausnahmezustand und ein Schriftsteller mit seiner gutbürgerlichen Freundin Marianne mitten darin. Das ist eine der Ausgangssituationen in Xaver Bayers neuem Buch Geschichten mit Marianne. Auch wenn darin der Grund für den Ausnahmezustand kein Virus ist, sondern unter anderem Gasknappheit, trifft dieses Buch mit seinen zwei Hauptfiguren unsere Gegenwart ins Mark. In Wirklichkeit wissen die beiden Protagonisten, es ist vorbei und wir müssen aber trotzdem irgendwie weitermachen. Und vielleicht regt sich ja genau aus dieser Verzweiflung, dass man nichts mehr machen kann, vielleicht regt sich da auf subversive Weise doch noch eine Möglichkeit des Widerstandes. Mit seinem neuen Buch führt uns Xaver Bayer auf formal herausragende Weise vor Augen, dass das, was gemeinhin als Normalzustand gilt, nicht selten der weitaus gefährlichere Ausnahmezustand ist. Kulturgenuss, ob Buch oder Bild, ist immer ein Gewinn, aber der folgende Gewinn ist schon ein ganz außergewöhnlicher. Für 100 Euro hat eine Italienerin jetzt einen Picasso zu Hause hängen. So viel kostete das Los einer Tombola zugunsten einer Hilfsaktion für Afrika. Das Auktionshaus Christie's in Paris hat jetzt die Gewinnerin des Stilllebens aus dem Jahr 1921 bekannt gegeben. Im Sport in ORF 1 sehen Sie, warum das Tennis-Turnier um die österreichische Meisterschaft heuer Hochklassig wie nie sein wird. In ORF 2 folgt die Sendung Feierabend, in der Peter Simonischek aus seiner Kindheit erzählt, in der es nach Kuhstall und Weihrauch gerochen hat. Das waren die Gerüche seiner Kindheit. Ein Porträt über den preisgegrünten Schauspieler sehen Sie jetzt gleich im Anschluss. Und Manfred Bauer hat zuvor noch die Wetteraussichten für das für viele verlängerte Wochenende. Wir beide verabschieden uns. Schönen Fernsehabend noch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Abend bei einer kurzen Ausgabe der Zeit im Bild. Bei der AUA gibt es jetzt nach dem Board auch beim Bodenpersonal eine Einigung auf ein Sparpaket. Die Airline will in den nächsten Jahren 300 Millionen Euro einsparen. Die Mitarbeiterinnen verzichten dabei auf Teile ihres Gehalts. Dafür soll es keine Kündigungen geben. Den AUA-Mitarbeitern wird ein großer Krisenbeitrag abverlangt. Bis 2024 schultern Board- und Bodenpersonal 80 Millionen Euro jährlich. Erreicht wird das durch Kurzarbeit, vorübergehenden Gehaltsverzicht und Nulllohnrunden. Im Gegenzug soll es aber keine krisenbedingten Kündigungen geben. Entscheidend für die Zukunft der AUA wird aber sein, ob und wie viel Staatshilfe die Airline bekommt. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat heute von Tagen oder Wochen bis zu einer Lösung gesprochen. Ausschlaggebend wird wohl sein, wie Deutschland mit der AUA-Mutter Lufthansa umgeht. Auch dort sind die Verhandlungen über Milliardenhilfen durch den Staat in der Zielgeraden. Viele Menschen wird die AUA jedenfalls diesen Sommer nicht in die Ferien fliegen. Denn heil ist Corona-bedingt Österreich-Urlaub angesagt. Und um doch einige ausländische Gäste hierher zu bringen, wirbt Österreich damit, dass es beim Personal im Tourismus flächendeckende Tests geben soll, um die Ansteckungsgefahr gering zu halten. Den Tourismus hat es besonders hart getroffen. Nun soll vermittelt werden, Urlaub in Österreich ist sowohl sicher als auch gemütlich bzw. schön. Durch flächendeckende Covid-19-Tests und durch Werbung. Wir werden sehr viel investieren als Republik Österreich, um hohe Testkapazitäten zu haben und möglichst viel und möglichst regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Gast tätig sind, zu testen. Die neue Kampagne soll hierzulande und in Deutschland laufen. Mit der Schweiz und mit Tschechien wird verhandelt. Die vor allem eben auch Lust auf Urlaub in Österreich schafft. Auf dich wartet ein guter Sommer wird das Motto der Kampagne der Österreich-Werbung sein. Mehr als zwei Drittel der Gäste kommen aus dem Ausland. Für den Städtetourismus will die Regierung bald ein eigenes Konzept präsentieren, wird dieser wohl auch künftig am stärksten leiden. Man wünscht sich also, dass so viele Menschen wie möglich im Sommer nach Österreich kommen. Aber nicht alle sind willkommen. Nicht wer Corona infiziert sein könnte. Und daher kontrolliert in Niederösterreich ab jetzt auch die Miliz die Grenzen zu Tschechien und der Slowakei. Sie wird mit drei Kompanien präsent sein und übernimmt den Assistenzeinsatz von den verlängerten Grundwehrdienern. Hauptaufgaben der Milizsoldaten werden sein, gemeinsam mit der Polizei und mit den Gesundheitsbehörden an den Übergängen zu kontrollieren, auch allfälliges Fieber und den Verkehr an den temporären Grenzstellen zu regeln. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird Ungarn seine Transitzonen an der Grenze zu Serbien schließen. Der EuGH hatte einer Klage von Asylwerbern Recht gegeben und die Unterbringung dort als Haft kritisiert. 280 Flüchtlinge werden jetzt in andere Unterkünfte verlegt. Das Containerlager Röske an der Südgrenze Ungarns. Hohe Zäune, Stacheldraht. Nur in Ausnahmen führt der Weg für die Asylwerber hier hinaus. Und dann nur mit polizeilicher Begleitung. Transitzonen nennt die ungarische Regierung diese Lager. Tatsächlich gibt es hier aber keine Bewegungsmöglichkeit. Nirgendwohin. Nicht zurück nach Serbien, denn das wäre nach serbischer Sicht rechtswidrig. Zugleich würden Asylwerber in Ungarn jede Chance auf Anerkennung als Flüchtling verlieren. Die Unterbringung in den abgeschottenen Lagern kommt einer Haft gleich, urteilter Europäische Gerichtshof. Vor allem auch, weil sich die Flüchtlinge rechtmäßig in keine Richtung bewegen können. So die Kritik. Bedauerlich nennt die ungarische Regierung das Urteil. Ein Risiko für die europäische Sicherheit. Aber Ungarn wird die Lager schließen. Nicht aus Überzeugung, sondern, wie es heißt, weil es als EU-Mitglied das Urteil befolgen muss. Die Corona-Krise liefert Peking jetzt offenbar einen Vorwand dafür, mit größerer Härte gegen Hongkong vorzugehen. Der jetzt beginnende Volkskongress will sich mit einem neuen Sicherheitsgesetz für Hongkong befassen. Es richtet sich gegen die Aktivitäten der pro-demokratischen Opposition in der chinesischen Sonderverwaltungszone, die von China als subversiv und terroristisch eingestuft wird. Die Pläne dürften die Proteste in Hongkong wieder neu entfachen. Zum Schluss ein kurzer Blick aufs Wetter. Wolken und Sonne wechseln morgen einander ab. Im Westen und Norden unseres Landes verdichten sich die Wolken allmählich. Die Luft erwärmt sich auf 21 bis 27 Grad. Am Samstag leben Schauer und Gewitter auf. Im Süden bleibt es trocken. In der Folge Nacht zieht eine Front durch. Sturmböen sind möglich. Am zunehmend sonnigen Sonntag weht frischer Nordwestwind. Das war ein kurzer Überblick über das Tagesgeschehen. Schönen Abend noch. Auf Wiederschauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017